Ich zeig euch heute, was Berliner Weihnachtsmärkte kosten. Ich war auf einem und ich hab was alles gegessen und bin fast pleite geworden. Wunderbar. Ich hätt gern einen Heidelberg-Blühwein. Der ist aber auch sehr bitter. Der könnte immer noch fruchtiger sein. Nee, den mag ich nicht. Auch nur eine 5. Ich hätt gern Nackensteak mit Zwiebeln. Oh, ist aber auch ein saftiges Gerät. Heilige Maria. Also Gesamtvergib würde ich sagen eine 5. Eine 6,5. Eine souveräne 8 von 10, Freunde. Tomate, Oliven. 8,5 von 10. Wir hätt gern eine Feuerzangenwohle. Das ist ja viel geiler als Glühwein. Feier ich. Einen Reibekuchen mit Lachs, bitte. Bisschen nach was es schmeckt? Nach Lachs. Mit Meretit. Das ist die größte Verarsche seit 100 K-Packs bei FIFA. Eine Pilzpfanne, bitte. Das ist eine gute 7. Schmeckt gut. Ich hätt gern ein Lumumba. Assigeil. Schmeckt nach Kakao mit Marzipan. Mit Sahne, das ist ja der Knaller. Ich hätt gern ein Zimtgerät. Dankeschön. 8 von 10, 4 von 10.